Hallo, ich bin die Nadine aus dem Mahabu Kundenservice. Für viele kreative Projekte gibt es Vorlagen, die ihr verwenden könnt. Das bietet sich zum Beispiel sehr gut an für komplizierte Motive oder etwas schwierigere Schriftzüge. Wie ihr diese Vorlage ohne großen Aufwand auf euren Untergrund übertragt, dafür habe ich heute ein paar Tipps für euch. Als erstes druckt ihr eure Vorlage in der richtigen Größe aus. Mit welcher Methode ihr die Vorlage übertragt, hängt vor allem vom Untergrund ab. Auf hellen Untergründen könnt ihr zum Übertragen Transparentpapier oder normales Druckerpapier verwenden. Habt ihr Transparentpapier, paust ihr eure Vorlage einmal mit einem harten oder mittelharten Bleistift H oder HB ab. Danach dreht ihr das Transparentpapier um und fahrt dann die Konturen auf der anderen Seite mit einem weichen Bleistift nach. Dann dreht ihr das Transparentpapier wieder zurück und legt es auf euren hellen Untergrund. Am besten mit einem Klebeband befestigen. Übertragen wird das Motiv, indem ihr die Umrisse jetzt wiederum auf der Vorderseite mit einem harten Stift durchdruckt. Habt ihr kein Transparentpapier, schraffiert ihr die Rückseite eurer Vorlage mit einem weichen Bleistift und macht euch so euer eigenes Grafitpapier. Das Motiv wird mit einem Stift von der Vorlage auf den Untergrund durchgedruckt. Mit einem weißen Buntstift funktioniert das übrigens auch auf einem dunklen Untergrund. Zum Übertragen könnt ihr euch natürlich auch Grafitpapier oder spezielle Transferpapiere besorgen, zum Beispiel für dunkle Untergründe oder für Stoffe. Allerdings schmieren manche Papiere und die Abdrücke lassen sich oft nicht so einfach mit einem Radiergummi entfernen wie ein Bleistiftstrich. Bei Glas ist das Übertragen einer Kontur besonders einfach, denn ihr könnt die Vorlage hinter das Glas legen oder in das Glasgefäß kleben. Beim Nachfahren der Kontur könnt ihr auch gleich die richtige Farbe, also zum Beispiel einen Porcelain Painter oder die Reliefpaste verwenden. Solange der Farbauftrag noch frisch ist, kann man ihn zum Beispiel mit einem Wattestäbchen leicht entfernen, falls man sich dabei mal vermalt. Benötigt ihr das Motiv auf etwas dickerem Papier, das nur wenig transparent ist, könnt ihr das Übertragen auch an einem hellen Fenster vornehmen. Legt das Papier auf die Vorlage und befestigt es mit etwas Klebeband am Fenster. Jetzt scheint die Vorlage ausreichend durch, sodass ihr das Motiv abpausen könnt. Noch bequemer geht es natürlich an einem Leuchtkasten oder Lightboard. Auch das Übertragen einer Vorlage auf eine Linolplatte geht ganz einfach. Die Linien auf der Vorlage mit einem weichen Bleistift nachfahren, das Blatt umdrehen und das Motiv nach unten auf die Linolplatte legen. Dann mit einem Falzbein oder mit dem Fingernagel gleichmäßig darüber reiben, sodass sich die Vorlage auf die Linolplatte überträgt. Anhand der Kontur könnt ihr dann ganz leicht das Stempelmotiv herausarbeiten. Das Praktische daran ist, dass das Motiv mit dieser Technik automatisch seitenverkehrt auf den Stempel übertragen wird, sodass der Stempelabdruck wieder richtig herum erfolgt. Ich hoffe, dass euch diese Tipps und Tricks eine Hilfe sind beim Übertragen von schwierigen Motiven oder Schriftzügen. Und weitere Tipps und Tricks findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und folgt uns doch gerne auch auf Instagram.